Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute geht es um das Thema Osterdeko und darum, dass wir euch günstige Möglichkeiten aufweisen, wie ihr eure Deko wie immer selber machen könnt. Jetzt haben wir uns ja schon eine ganze Weile hier auf YouTube nicht mehr gesehen. Das wird sich ja bei den nächsten Tagen, Wochen und Monaten ändern, weil wir ziemlich viele Projekte geplant haben, in denen wir euch mit in unseren Garten nehmen, tolle Kinder- und Palettenmübel bauen und euch an unseren bevorstehenden Gartenprojekten wieder teilhaben lassen. Wir freuen uns schon riesig auf all unsere geplanten Projekte und würden uns natürlich noch mehr freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Übrigens könnt ihr uns auch gerne über Instagram folgen, damit ihr immer up-to-date seid, falls euch Projekte von uns interessieren, die es nicht immer unbedingt auf YouTube schaffen, wie unser neues Wohnzimmer zum Beispiel. Habt jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Zuschauen und vielleicht macht ihr das ein oder andere nach. Eier auspusten gehört für viele Haushalte zu den alljährlichen Ostervorbereitungen dazu. Für mich persönlich gibt es ehrlich gesagt fast kein größeres Grauen, als die Vorstellung, die rohen Eier mit dem Mund auszupusten. Alleine schon wegen der Salmonellen-Gefahr. Denn was oftmal viele nicht wissen ist, dass sich die Salmonellen vorwiegend auf der Eierschale befinden und relativ selten im Ei. Da sich Salmonellen ausschließlich durch Hitze abtöten lassen, bringt es auch nichts, die Eier einfach nur zu waschen. Was ich dennoch gerne tue, ist die Eier gründlich mit Essig abzureiben. Das hat den Vorteil, dass man damit problemlos die Stempel abhuppeln kann und sich schon einmal andere Unreinheiten damit beseitigen lassen. Um den Mundkontakt zu vermeiden, habe ich mir eine Spritze mit stumpfer Kanüle besorgt. Das Ei habe ich wie gewohnt mit dem Eierstecher von beiden Seiten angepiekt, das Loch etwas erweitert, damit der Inhalt besser abfließen kann und dann mithilfe der Spritze vorsichtig Luft in das Ei gegeben. Lasst euch hier bitte Zeit, weil euch die rohen Eier bei Überdruck sonst platzen und unter Umständen eine riesengroße Sauerei anrichten. Habt ihr alle Eier ausgepustet, könnt ihr den Inhalt natürlich wie gewohnt verwerten. Die leeren Eier habe ich nochmal gereinigt, indem ich Wasser mit Essig vermengt habe und mithilfe der Spritze in das Ei reingespritzt habe, um es auch nochmal von innen gründlich zu säubern. Ich zeige euch jetzt mal eben, wie schön sauber das Ei von innen ausschaut. Naja, und wo das Ei schon kaputt ist, kommt hier eine schnelle Idee für den Osterstrauß. Zieht zuerst eine Schnur zur späteren Aufhängung durch das obere Loch und verknotet es zu einer Schlaufe. Füllt das Ei mit etwas Stroh oder Ziergas auf und klebt nun kleine Ostermotive mit etwas Heißkleber vor oder in die Öffnung. Ja, und zum Schluss habe ich das Ei dann noch ein wenig mit bunten Punkten verziert. Im Laufe des Videos werdet ihr viele tolle Ostermotive sehen, welche meine liebe Biene Brändle zum Download in ihrem Shop anbietet. Dort findet ihr für jede Jahreszeit und für jeden Anlass die schönsten Motive, die ihr mit oder ohne Kinder wunderbar ausmalen und eurer Kreativität freien Lauf lassen könnt. Die Links zu ihren Downloads sowie zu ihrem Insta-Profil findet ihr natürlich in der Infobox, denn auf Insta zeigt sie tolle Ideen und Anwendungen ihrer Motive. Ein leerer Eierkarton lässt sich als Mitbringsel mit wenig Aufwand bunt gestalten. Wascht hierfür die Eierschein glücklich aus und gebt sie in den Eierkarton. Ich habe die Eierschein mit etwas Moos aus unserem Garten gefüllt, das lässt sich auch immer prima in Form schneiden. Zahnstocher in Kombination mit Heißkleber und Bienes Häschen, die ich vor dem Ausdruck auf 30% reduziert habe, sind süße Osterpicker, die ihr in allen Größen in eurer Osterdeko einsetzen könnt. Ihr werdet es im Laufe des Videos auch noch sehen. Positioniert die Picker und verziert dann das Ganze mit frühlingshaften Blüten. Diese Idee ist spontan daraus entstanden, dass Soraya meinte, schau mal Mama, die Eierschale sieht ja aus wie ein Schiff. Also habe ich wieder ein Häschen und eine Karotte vor dem Ausdruck auf 30% schrumpfen lassen, die Karotte als Fähnchen aufgespießt, eine Perle für den Halt des Fähnchens aufgeklebt, wieder etwas Moos in die Eierschale gegeben, naja und zuletzt das Fähnchen ins Moos gesteckt und das Häschen daran aufgeklebt. Ja, unsere kleine Pfanne ist auf jeden Fall super. Mit dieser DIY-Idee bleiben wir noch kurz bei dem Eierthema. Die Idee eignet sich perfekt, um jemanden eine kleine Freunde zu bereiten. Schneidet eine Rolle Gipsverband in breite Streifen, die müssen auch nicht akkurat geschnitten oder gleich groß sein. Stellt euch den Luftballon am besten in ein Schälchen, damit er euch nicht ständig wegrutscht. Ja, und nun könnt ihr die Gipsstreifen kurz ins Wasser tunken und den Ballon damit ummanteln. Streicht jeweils immer die Falten raus und arbeitet euch von oben nach unten, indem ihr die Gipsstreifen immer etwas übereinander lappen lasst. Ist alles gut durchgetrocknet, könnt ihr den Luftballon wieder entfernen und die Öffnung erweitern, indem ihr es reißt oder zacken hineinschneidet. Ich habe es erst gerissen und die Konturen dann mit der Schere korrigiert. Damit das Gipsei heid hat und nicht hin und her wackelt oder sogar umkippt, habe ich es mit ein wenig Heißkleber auf einem Korkuntersetzer geklebt. Den könnt ihr, wenn ihr möchtet, mit Moos oder mit Ziergras kaschieren. Ja, und dann könnt ihr das Ei mit den Frühlingsfenstchen eurer Wahl auch schon beliebig bepflanzen. Um das Ei vor Feuchtigkeit zu schützen, habe ich etwas Blumen Erde in eine Mülltüte gegeben. Na ja, und zuletzt kommt dann natürlich wieder ein richtig süßer Häschen-Ticker zum Einsatz. Ach so, ja genau. Diese nervigen Schasern hier im Gipsei lassen sich nur schwer mit einer Schere beseitigen. Wenn ihr Vaseline oder irgendeine andere fettige Creme zu Hause habt, könnt ihr sie einfach auf die Schnittstelle reiben, dann sind sie auch nicht mehr sichtbar. Bei uns zu Hause dürfen natürlich keine Deko-Kisten fehlen. Passend zum Anlass haben wir die Ostermotive einfach auf die Kiste übertragen, indem Kohlepapier zum Einsatz kam. Klebt das Transferpapier am besten mit Tape direkt an die Kiste, damit bei der Übertragung später nichts verrutschen kann. Das gleiche macht ihr dann nochmal mit den Motiven. Und dann kann das Motiv auch schon übertragen werden. Mit einem weißen Buntstift könnt ihr am besten erkennen, welche Linien ihr bereits übertragen habt. Ja, und zum Schluss zeichnet ihr die übertragene Linie mit einem wasserfesten Stift nach. Da habe ich jetzt die Acrylmarker von Biene verwendet. Die gibt es auch in allen möglichen bunten Farben, falls ihr das Motiv ausmalen möchtet. Und am Ende bepflanzt ihr die Holzkisten dann wieder ganz nach eurem Geschmack. Wer seine Holzkisten das ganze Jahr über nutzen und nicht direkt bemalen möchte, kann sich passend zum Anlass natürlich auch seine Wunschmotive ausdrucken und ganz nach Belieben ausmalen. Das ist ja auch immer eine super schöne Sache mit Kindern, um sich auf die jeweiligen Anlässe gemeinsam einzustimmen. Für die Holzkisten habe ich die Häschen einlaminiert, damit sie beim Gießen sehr blumlich kaputt gehen und einfach stabiler sind. Schneidet die Motive mit einem Rand von mindestens 2 mm aus. Zum Schluss könnt ihr die einlaminierten Häschen entweder mit Heißkleber oder mit Stripes anbringen. Jedoch halten die Stripes langfristig nicht auf jeder Oberfläche optimal. So, und jetzt könnt ihr die Kissen ganz nach eurem Geschmack bepflanzen. Hier habe ich wieder eine Mülltüte verwendet, die ich auch nicht festgetackert, sondern einfach nur entsprechend ausgelegt und mit Erde befüllt habe. Um ein Motiv für die Deko-Picker oder als Fensterbild transparent zu machen, könnt ihr die Rückseite des Motives mit Öl einreiben. Danach müssen die Motive nur noch vernünftig abgetupft werden und sind dann auch schon bereit für den Ausschnitt. Mit Wachs oder auch mit Vaseline könnt ihr bereits bemalte Stellen einschmieren und schützen, um im Anschluss mit Tusche eine gesamte Fläche auszumalen. Pompons eignen sich übrigens perfekt als Puschelschwanz und sehen auf den Häschenpickern super süß aus. In unserem Online-Shop findet ihr eine große Auswahl an Holzkisten aller Art und in allen Größen und Farben. Die Kisten könnt ihr sowohl Indoor als auch Outdoor einsetzen. Viele von euch kennen ja bereits schon unsere DIY-Ideen, die aus Holzkisten entstanden sind. Egal ob Kindermöbel aus Obstkissen, wie zum Beispiel die Matschküche oder der Kaufmannsladen oder unser Hochbeet aus Obstkissen. Es werden dieses Jahr auf jeden Fall noch einige Obstkissenmöbel folgen, weil sie einfach so schnell und einfach gemacht sind und in unseren Augen auch noch super schön aussehen. So, und jetzt folgen noch ein paar Oster-Deko-Kombinationen von uns. Da könnt ihr uns sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Variation euch am besten gefallen hat, beziehungsweise welche Kiste oder welches Deko-Teil aus diesem Video. Ja, hinterlasst uns sehr gerne euer Feedback. Ja, hinterlasst uns sehr gerne euer Feedback. Übrigens haben wir ganz neu in unserem Shop diese Deko-Leiter hier, die es in verschiedenen Größen und Farben gibt. Einige haben sie sicher auch schon in unserem Wohnzimmer gesehen auf Instagram. Ah ja, genau, und diese Weidenkörbe sind auch ganz neu bei uns im Shop und werden auf jeden Fall zur Hochbeeternte unter ständigem Einsatz sein. In der Infobox findet ihr natürlich wie immer die wichtigsten Links. Das war es auch schon wieder von uns. Wir hoffen, dass euch unser Deko-Video gefallen hat. Hinterlasst uns gerne ein Abo, falls ihr noch kein Teil unserer Community seid oder keine Videos mehr verpassen möchtet. Wir sagen jetzt Tschüss und bis ganz bald. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020